so meine freunde willkommen zu diesem neuen video hier ist eure achterbahn reiter ich möchte mich erstmal herzlich bedanken für die 115 abonnenten an jeden von euch der mich abonniert hat mega toll dass es euch gibt und vielleicht wachsen wir auch noch ein bisschen das wäre mega toll die ganze zeit konnte ich keine videos hochladen bzw wegen corona und diese parks sind zu und das letzte video was ihr von mir gesehen habt ist ja eigentlich das mit dem wunderland kaika wo ich da war ich habe jetzt eine neue kamera bekommen vom lieben sven da nochmal schöne grüße gehen raus und ja ich möchte herzlich bedanken dafür dass ihr alle so treue meine videos immer schaut immer liked ich würde mich auch sehr gerne freuen über kommentare was ich besser machen kann da ich jetzt auch eine bessere kamera habe was kann ich besser machen was kann ich noch an die videos verändern somit dass ihr euch gerne die videos länger anguckt so und damit soll es euch jetzt gewesen sein bleibt gesund euer achterbahn reiter und es wird noch sehr viel coole sachen auf euch zukommen und ich hoffe dass wir uns im neuen jahr mehr in den freizeitfax bewegen können und dass ich euch besser videos bringen kann bis dahin euer achterbahn reiter